So, willkommen beim fünften Teil meiner kleinen Vorstellung der Runen des ersten Vortags. Die nächste Rune wäre Raido. Raido ist eine Rune der Bewegung. Sie wird mit Rad übersetzt. Häufig war damit auch das Reiten gemeint. Und Raido ist eine Rune, die andere Runen beschleunigt. Raido bedeutet sich fortlaufend, sich drehen, schnell sein, Schnelligkeit, schnelle Reaktion, etwas beschleunigen. Raido kann natürlich auch in die Katastrophe führen, wenn man Runen beschleunigt, die ohnehin schon eine schnelle Energie haben. Von so einem Grund, was man mit Raido in Gang setzt. Raido hilft, sehr Prozesse zu verkürzen. Irgendwelche Wartezeiten auf irgendwelche Antworten oder eigene Entwicklungsprozesse zu fördern. Auch Wundheilungen zu fördern. Man sollte immer darauf achten, möchte man eine gewisse Situation beschleunigen, eine gewisse Energie beschleunigen. Der Nachteil ist, man kann Situationen zwar beschleunigen, dass sie schnell zu Ende gebracht werden. Das heißt aber nicht, dass sie gut zu Ende gebracht worden sind, sondern nur, dass sie schnell beendet worden sind. Von daher sollte man sich überlegen, wie man diese Rune benutzt. Raido ist auch eine sehr gute Rune für Pendler, für Menschen, die viel unterwegs sind. Allgemein für Autofahrer oder für Reiter, da sie eine Schutzfunktion hat. Wer möchte, dass sein fahrbarer Untersatz möglichst lange, möglichst gut funktioniert, ohne Pannen, sollte diese Rune im Fahrzeug deponieren, irgendwo draufmalen, zwischen die Sitze klemmen, wie auch immer. Nur als Tipp. Und Raido hat den Wortlaut R.